hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge the elder scrolls online ich bin immer noch wohl gewacht obwohl ich ja gesagt hatte dass wir uns da unten wieder treffen aber wir haben ja hier noch was abzuheben und zwar bei angrel ihr könnt euch vielleicht erinnern an den an der toten akkuliten die da in dem in dem gewölbe war und da werden wir jetzt das relikt jetzt zurückbringen sterne am himmel noch mehr unterbrechung ist es wichtig ich überwache im moment ein sehr wichtiges experiment ihr seid angrill oder ja die bin ich entschuldigt aber kennen wir uns euer gesicht ist mir unbekannt ich bin eurer freundin betty in bevern begegnet und sie hat aufgegeben richtig wusste ich doch dass dieses graue mäuschen nicht mit mir mithalten kann ich weiß schon genau wofür ich ihr geld ausgebe ich werde mir dieses fantastische äggis kleid kaufen eigentlich ist sie tot tot nun das tut mir leid für sie sie hat die wette wohl verloren wartet habt ihr mit ihr gesprochen bevor sie starb oder danach danach sie meinte jede eine einen gemeinsamen zauber gewirkt der sie in nirn festhält ich schätze ich kann mich mit ihrem gold und dem geschmack des triumphs trösten beddie ich erkenne an dass ihr verloren habt ich entlasse euch aus unserem vertrag ihr wollt mein geld für ein kleid ausgeben wartet nur bis ihr ätherius besucht angrill dann bekommt ihr es erneut mit mir zu tun ihr seid nur eifersüchtig darauf wie gut ich aussehen werde als ob ein geist mich ängstigen könnte ich werde einfach den rest meines lebens damit zubringen den tod auszutricksen das wird ihr eine leere sein das ist ja der weg in die dunkelheit so ich habe mir mal in der letzten oder in der zwischenzeit hier wieder platzisch schaffen und ich habe mir zehn plätze mehr erworben für 2000 goldmünzen die nächsten sind für 5900 also wir haben jetzt noch ein bisschen vor uns so was haben wir denn hier kriegt eigentlich maximale magiker stufe 18 das ist schon nach so schwer gut weg jetzt beim händler vorbei watscheln oder ist auch wieder analysierbar und das schlimme ist dass man nur eben immer für stunden analysieren kann und eigentlich den ganzen ganze zeit bloß darauf wartet dass das irgendwie fertig wird ich hab das aber bei mir erst mal eingelagert in der beutetruhe sag mal einer persönlichen truhe und da werde ich jetzt mal demnächst wenn ich es nicht vergesse noch muss ich ihn lang da lang wenn ich es nicht vergesse dass ich dann mal so alle paar stunden vielleicht zweimal am tag darin hier oder hierin hier und da weiter analysiere damit ich endlich mal hier zu potte komme weil so geht das nicht sind wichtige plätze die verschwunden sind die hier belegt werden das nicht gut das nicht so wir werden jetzt erstmal wieder nach oben watscheln watscheln vor allen dingen und zwar nach da oben irgendwo wir wollen ja merit und alle finden wir müssen und dann werden wir sehen so finde das in die richtige richtung naja wir kommen ja nicht durch war ich hasse das ich hasse das dass es da einfach nicht weiter geht weil von der sache her ist doch das ist doch nonsens oder wo sind jetzt wieder lang hier da lang oder ich meine man man sieht ja dass man da hoch springen könnte und darüber springen könnte warum machen machen warum macht man da überhaupt so eine unsichtbaren wände hin dass man da nicht hochkommt das ist mir ein rätsel das ist doch das offen die leute darüber springen wollen dann wollen sie darüber springen die alten weil die vor allen dingen die weiten wie hier mal geil neues buch entdeckt stufe 2 in der magiergilde rang 2 bei der magiergilde erreicht jetzt könnt ihr euch das nochmal durchlesen wenn ihr wollt wo ist der sack der ist leer was was bringt denn das überhaupt irgendwas das ist nur holz hier sind die arz nehmen wir doch mit oh nein was tut Für den amerik Alter, wir sind gestorben. Der war jetzt doch schon ein bisschen... Der war schon ein bisschen härter jetzt hier, du. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht auf meine Energie gerade geguckt. Und wenn man nicht auf die Energie guckt, dann passiert sowas. Meine Seele, Merrick. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Merrick, Kamerad, was ist passiert? Wohin bist du verschwunden? Das Schia, dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte. Wo sind sie hin? Wie sollte Elif davon wissen? Sie war die ganze Zeit hinter euch. Vielleicht sollten wir auf Siehtallefarben warten. Sie sagt, sie würde die Gilde zusammenrufen. Oh ja, Farben, die heldenhafte Gildenmeisterin. Pfüft, wir müssen nicht auf Farben warten. Ihr und Elif seid mehr als schlau genug, um das herauszufinden. Hier gebt ihr diese Gegenstände, die ihr bei den Kultisten gefunden habt. Wer war diese Frau? Wer hat Merrick entführt? Ihr konntet die Dremora aus der Projektion nicht wiedererkennen? Ich denke, ihr Name ist Dushia. Sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen. Hm, diese Notiz erwähnt einen Inselturm. Elif fragt sich, ob Buranim gemeint ist. Buranim? Eine alte Eileidenruine. Ein Turm auf einer Insel vor der Küste von Himmels wacht. Geht und sucht dort nach Merrick. Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und mehr Klingen holen. Ich werde ihn finden. Möge das Glück euren Schritten folgen, Kameradin. Was haltet ihr von den anderen Objekten, die ich gefunden habe? Was meint ihr? Das Zahnrad oder das Relikt? Erzählt mir vom Zahnrad. Was ist eure Geschichte, Alef? Ne, ich frage mich jetzt erstmal nach dem Relikt. Krude gefertigt, von kleinen Fingern geformt, von einer Bretonin, vielleicht einer Waldelfe, hat die Farbe von Lähm aus dieser Region, also wahrscheinlich doch von einer Waldelfe. Riecht verbrannt nach Zunder, geformt an einem Ofen mit Holzfeuer oder an einem Brennofen. Was ist eure Geschichte, Alef? Oder Alef? Alef geht ihren Weg, wie sie kann, und hilft der Gilde, wie sie kann. Nur eine bescheidene Kajit, ursprünglich aus der Stadt Düne. Diese hat nur wenig Bedeutung. Finde den Inselturm. Ach, da waren wir doch schon gewesen, da hinten. Da könnten wir eigentlich jetzt rüberschwimmen. Hier ist noch ein Schrein, den haben wir jetzt noch nicht gefunden, den können wir auch nicht benutzen, richtig? Ach, naja, ist ja auch. Hier noch mal ein paar Runensteine. Oh, eine Rose. Gut, dann würde ich sagen... Wir schwimmen da mal rüber. Das ist ein interessanter Questpfad. Aber das wurde ja von euch schon gesagt, dass das hier, gerade was so die Magier-Gilde angeht, die Questreihe auch sehr interessant ist. Nehmen wir jetzt schon wieder mehr auf, als ich eigentlich wollte. Ich bin jetzt schon, glaube ich, bei der fünften Folge hier. Eigentlich würde ich bloß vier aufnehmen. Aber man kann nicht aufhören. Man kann nicht aufhören. Kameradin, hierher! Wow. Wieder unterwegs. Ach, da. Ich sehe gerade, ich habe da so eine Chat-Nachricht. Guck mal, Glamourin. Moment. Sammlungen. Die Sammlungen-Lager wurden auf die Lagerkasse verstärkt erweitert. Die Sammlung-Lager wurde um die Lagerkassette verstärkt erweitert. Diese Kassette kann in mehreren Heimen aufgestellt werden und gewährt dabei immer Zugriff auf die gleichen Gegenstände. Im Gegensatz zur Prank sind die Gegenstände in der Kassette beim Handwerk nicht sichtbar. Okay. Na, ob ich mir das merken kann. Was liegt denn hier vorne noch? Ach, eine Flaschenpost. Ein Getränk. Nimm dir doch ein Getränk. Jovnir Eisklinge. Kameradin. Kameradin. Wer seid ihr? Ich bin Jovnir Eisklinge, ehemaliger Meister der Kriegergilde. Unterbrecht mich nicht. Wir haben keine Zeit. Dorshia hat Merrick mit unter die Insel genommen. Ins Gewölbe. Sie benutzt Merricks Seele, um einen Anker zu beschwören. Kriegergilde. Ich denke, wir sind hier bei der Magiergilde. Oh, spielt das jetzt zusammen? Oh, nicht schlecht. Warum seid ihr hier? Ich kann nicht. Ich kann es nicht sagen. Meine Zeit wird immer kürzer. Rettet Merrick. Haltet die Daedra auf. Hütet euch vor den Anhängern Molag-Bahls. Woher kenne ich denn die Stimme schon wieder? Das war auch eine berühmte. So. Die Gnome sind erstmal weg. Was mich aber interessieren würde, ist, ob die Kisten wieder da sind. Wollen wir mal gucken gehen? Hier müssen wir rinnen. Geht sofort los. Nochmal lunzen. Nochmal lunzen. Mit dem Mikro an. Ja. Sieht jedenfalls anders aus. Hier war noch fein. Hier ist noch ein Runen-Dings. Ne, hier war eine Truhe gewesen, ne? Okay. Ich denke mal, die Truhen werden hier random irgendwo droppen. Es sei denn, es sei denn, es war gerade einer da gewesen. Die sind aber an derselben Stelle hier. Will ich jetzt einfach mal behaupten. Wir hatten da hinten noch irgendwas gesehen. Letztens war hier irgendwo noch eine Truhe, möchte ich sagen. Aber alles nicht mehr hier. Und noch ein bisschen Eisenherz. Nehmen wir natürlich Danken mit. Jö, dann wollen wir mal da rinnen, wa? Gucken wir mal. Buranim. Die Artworks, sie fallen mir. Machen wir gerne mal so ein Screenshot von... So, besiegt Dushia. Ah, der arme. Eine reine Seele, Dushia. Enttäuscht mich nicht. Sehr gut. Dädra-Fetzen. Die Dädra-Fetzen. Ich hab das nischt. Ach, ich hab hier noch ja kein Dings hier. Wieso ist denn der noch nicht da? Alter, was ist denn jetzt los? Ah, der wird wieder so. Hat jeder so. Ihr habt mich enttäuscht, Dushia. Die kann ich nicht mehr hören. Ich muss erst mal gucken, wo hat jetzt hier so jemals. Sie hatte mich fast. Ich danke euch, Kameradin. Geht es euch gut? Ich muss mich nur kurz erholen. Wäret ihr nicht vorbeigekommen. Mir wird es gut gehen, so Stendar will. Was hat sie da gebrüllt? Sie würde eure Seele wollen. Ich habe gehört, sie steht mit dem Herrn der Lügen in Verbindung. Molak-Bahl erntet Seelen für einen dunklen Plan. Er ist besonders an den Seelen der Gläubigen interessiert. Was nun? Kameradin, schnappt euch das Buch und ihre Notizen vom Tisch. Ich habe gesehen, wie sie etwas notiert hat, nachdem sie mit ihrem Meister sprach. Vielleicht erfahren wir so mehr von ihren Plänen und was dieser Morte um Vivikus ist. Nehmt alles und dann verschwinden wir von hier. Jawoll. So. Ja, ihr könnt nicht lesen. Über Mortum Vivikus. Können wir aber nicht mitnehmen. Ich würde auch, würde ich jetzt hier noch mal sporen oder so? Ne, geht nicht weiter. Guck mich nur mal um, ob hier noch irgendwo was ist. Hier war ja auch die Urne da. Aber es sieht so aus, als wenn hier nichts weiter... ...zu holen ist. Ne. Na gut. Er startet, sieht alle Farben Meldung. Dann müssen wir wieder nach... ...Rülkelwach zurück. Horn ist leer. Ja, das ist schon bemerkenswert oder beeindruckend, wie das alles hier aussieht. Aber selber, wenn man in dieser Welt, in unserer Welt sowas hätte, wäre das richtig geil. Ich meine, so in Schottland gibt es ja so einen alten Bogen, da wirkt vielleicht auch noch mal einen. Das würde mich vielleicht auch noch... Also, das würde mich auch noch heizen. Oder in einem Schloss wohnen oder der Bogen wohnen. Dafür brauchst du aber... ...viel Geld. Oh, was ist denn hier draußen los? Moin. Die Gildenmeisterin sieht alle Farben. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppenkameradin. Ihr habt Merik zu uns zurückgebracht. Er wurde von einer Nekromantin, einer Anhängerin Molag Bahls, gefangen genommen. Molag Bahl! Möge er in der Glut von tausend Sonnen schmoren! Das sieht ihm ähnlich, einen Assassinen loszuschicken, um einen edlen Krieger zu töten. Das ist die Waffe eines Feiglings. Nee, das ist die Krieger-Gilden-Aufgabe hier. Sieht alle Farben, ist doch... Man sieht ja nicht aus wie eine... Sieht mehr aus wie eine Kriegerin. Okay. Sie wollte ihn für etwas mit dem Namen Mortum Vivicus... Wir haben dieses Tagebuch und einige Notizen gefunden. Pschut! Der Mortum! Was? Und wie? Und ich kann in diesem Gekritzel weder Schwänze noch Schuppen erkennen. Unerheblich. Es war dauernd, dieses Gekrakel zu entziffern, aber wir werden unseren besten Schreiber darauf ansetzen. Gibt es sonst noch etwas, was ich tun könnte? Ihr habt der Gilde heute einen großen Dienst erwiesen, Kameradin. Ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zusammen zu kämpfen. Falls uns das Tagebuch irgendetwas verrät, dann sorge ich dafür, dass ihr es erfahrt. Mein Gott, die hat einfach ihre Stimme. Ich werde flussabwärts nach euch Ausschau halten, Kameradin. Ihr werdet von uns hören, sobald wir das Tagebuch entschlüsselt haben. Kann ich ein paar Fragen stellen, Gildenmeisterin? Natürlich. Eine Einsatznachbesprechung, ja? Eine weise Entscheidung. Ich habe ja einen Geist gesehen, auf der Insel. Er behauptet, der vorherige Gildenmeister gewesen zu sein. Jofnir? Seine Reise flussabwärts hat mich an diesen Posten gerufen. Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, wo Merrick ist. Er scheint in Eile zu sein. Nee, er schien in Eile zu sein. Interessant. Ich werde mich mit unseren Schwestern von der Magiergilde in Verbindung setzen, um zu sehen, ob sie dieser Erscheinung nachgehen können. Ich versuche, den wandelnden Toten, soweit ich kann, aus dem Weg zu gehen. Wie lange wird es eurer Meinung nach dauern, das Tagebuch zu entziffern? Hoffentlich nicht lange. Eile hat mir erzählt, dass ihr einige Schmuckstücke bei den Kultisten gefunden habt. Zwischen den Lappalien und den von euch gefundenen Notizen werden wir hoffentlich Ansatzpunkte für die Übersetzung finden. Lebt wohl. Gut. So, wir haben eine ganze Menge gekriegt. Ähm, Eilef. Eilef ist sicher, dass sie euch wiedersehen wird, Heldin. Hat er gedacht, weil sie... Echt so? Oh. Man kann ja nie so verkehrt sein, so eine ätherische Quelle, ne? So, wo müssen wir denn als Näsid hin? Ich würde sagen, wir watscheln mal jetzt so langsam Richtung Himmelswacht. Hier unten haben wir jetzt einen Stoß zur Karawane. Was war denn das nochmal? Quester. Hm. Was war das nochmal mit der Karawane? Können wir das jetzt noch machen? Ach, scheiße, was? Wir machen erstmal hier rüber. Wir werden erstmal hier rüber. Mittlerweile sind die auch wieder da. Der hat ein bisschen was dabei gehabt. Aber nur ein bisschen. Gut, wir müssen da rüber. Da rüber müssen wir mal. Nach Himmelswacht. Dass die Wracks keine Bergen tut. Ich meine, war so schlimm da dran, jetzt das Tollste aus dem Wasser zu ziehen. Vielleicht kann man da irgendwie noch Sachen gebrauchen oder so. Hm. Da rangelt einer. Tür oben, irgendwas nö. Himmelswacht entdeckt. Das Meer ist freundlich zu diesem gewesen. Das freut mich. Gut, äh, hier kommen wir nicht hoch. Warum kommen wir hier nicht hoch? Ich weiß es nicht. Hier können wir schon mal langwahrernschalten. Wer ist sie? Fischhändlerin Kassar. Dieser wurde gesagt, es gibt heute Barsche in Schwärmen. Am besten geht ihr raus, solange ihr könnt. So, was habt ihr da denn anzubieten? Kann ich irgendwas verscherbeln hier bei der Rollen hier? Stahlachs des Frosts. Frosts. Ich hab ein echtes Problem mit TS am Ende da hinten. So, ja, können wir jetzt schon wieder analysieren. Was wir hier nicht alles analysieren können. Das können wir nicht analysieren. Und... Da gucke ich gerade mal. Lebensregeneration. Nö, da können wir ja dann mal verscherbeln. Hier haben wir wieder was, was wir analysieren können. Wo ich aber mittlerweile auch sage, komm. Lass uns das verscherbeln. Hm. Hier haben wir noch eine Blaupause. Ach, ich werde mal hier... Ich gucke mal hier. Alter. Kann ich jetzt hier mal weghauen hier. Das weg, das weg, das weg. Wie Argonia. Ein alter Seemann hat also eine Geschichte über diese Bäume erzählt. Dildera Fetzen. Plunder. Ne, das ist auch Plunder. Schwache Glyphe der Magiker Absorbation. Flammschaden. Die können wir ja bestimmt auf irgendeine Waffe rufhauen oder sowas. So, da haben wir ihn ja schon. Aber ich würde sagen, mit dem reden wir in der nächsten Folge. Fragen wir erstmal die hier. Celebrantin? Widerstandsfest. Widerstandsfest. Mein Lieblingsfest. Yeah. Widerstand. Aktiv. Yeah. Ich danke den Sternen, dass ich meinen Patron überzeugen konnte, heute kommen zu dürfen. Schaut euch all das an. Jo, lasset ihr schmecken da. Schön kannten Brot. Gut. Freunde. Das ist ja schon mal ein richtig aufregendes Fest. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin. Tööö. 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 Töööö.